Ha, ha, Piraten kleben immer gerne an der Wand. Yo, ich bin Schessler Nino5 und wir kleben an der Wand und machen weiter hier im Piraten-Kanal. Muss ja auch noch gemacht werden, hier gibt es wieder so viel zu tun und zu machen und zu tun. Wir brauchen nämlich noch immer Fernbedienung, weil wir fernsehsüchtig sind. Was eine Aussage, Betty, fällt mir gerade ein. Wuhu! Dankeschön. Checkpoint, leer. Oh Gott. Oh Gott. Und, komm her. Dankeschön. Checkpoint. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber naja. Ähm, jetzt? Ähm. Hä? Achso, da unten. Äh, ja, bin dumm. Warte mal, ich hab ein Holzbein. Kuh, ich hab ein Holzbein. Extremes Holzbein haben. So, eigentlich muss ich da erst hoch. Ne, erst muss ich hier machen. Dann da oben Kanone sein. Dann ich lang klettern. Und hier wieder abspringen. Dann hier auf Kanone gehen, um Piraten zu tyrannisieren. Und zu zerlegen. Yeah. Dark und Dark. Bäm. Ne, irgendwie erinnert mich, Keks. So ein bisschen im Moment an Darkwing Duck. Weiß ich nicht warum. Weiter, 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 weiter. Und. Noch mehr Checkpoint. Okay. Komm mal her, mein Point. Mein Barrel-Roll-Fast. You get Barrel-Rolled. Barrel-Rolled. Ich muss ehrlich sagen, Adi, das ist ne super Idee. You get Barrel-Rolled. Die nervende Wand des Todes. Auch in ihrer Bibliothek. Einfach immer rein. Die nervende Wand des Todes. Der Top-Klassiker unter den Killer-Büchern. So, das kennen wir ja noch alles. Energie haben wir genug. Und aufwärts. Dankeschön. Und jetzt gehen wir weiter. Wir müssen nämlich immer diesen Weg gehen, wenn wir eine Mission machen wollen. Dankeschön. So, und hier gibt es einen Haufen Sachen zu holen. Zum Beispiel hier oben. Da. Dafür müssen wir aber Fässer-Jumping machen. Ich werde so leicht lehkrank. Ich werde so lehkrank. Ich stelle die mal nicht so an, mein Freund. Das auch so ein bisschen. Aber ich fahre trotzdem gerne mit Boden und und weiss. Nochmal eine Funke. Ah, auf die Fowde gerad. Hm? Okay. Haha. So, hier sind nämlich noch ein paar Sachen. Das weiß ich. Ähm, nein. Ja. Da oben? Ich hab's das Gefühl, da oben ist was. Ah, super. Nutzloser Rotz. Jetzt muss ich wieder runterfinden. Das ist dafür umso lustiger. Nochmal. Echt umso lustiger. Naja, was soll's? Flaggen? Ne, die Flaggen nicht. Die Pfoten haben wir ja zum Glück behalten. Ähm. Ähm. Was war das jetzt? Bin ich hier? Oh, nee. Ich bin nicht hier hinten wieder ganz. Doch, bin ich. Super. Superscheiße. Checkpoint viel zu weit. Ja, und die Kamera ist mal wieder ganz super toll auf meiner Seite. Ich hab immer gedacht, die Kamera soll... Was zum... Oh, super. Ich bin zurückgegangen. Schau, menschlich. Ach ja, wenn wir jetzt den Checkpoint nicht aktivieren, dann läuft das nämlich so ab, dass wir nämlich ganz am Anfang wieder starten. Also man muss den Checkpoint immer neu aktivieren, sonst startet ihr irgendwann ganz am anderen. Und dann regt ihr euch auf. So wie ich immer. Nerv nicht, so. Der Kack könnte auch mal hier öfter und länger bleiben. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Ich komme aus solcher Türen, also leck mich. Boah. Ja, 2-1-Risiko. Wieder 2-1-Risiko. Na, okay, das war nicht so Risiko, aber... Es macht immer wieder Spaß. Da bin ich... Boah! Hab ich da was gesehen, was mich durchaus interessieren könnte? Nein! Das ist nur ein anderer Weg, den ich gehen könnte. Boah, hoch... Hochwärts, bitte. Die hab ich doch schon. Ein paar Arschen. So. Jetzt machen wir aber die wirkliche Mission und verschwenden... ...nicht nochmal Zeit und Leben an so einem Rat. Dafür müssen wir nämlich hier unten lang und in jede der vier Türen... ...und jetzt dürfen wir Schiffe versenken. Wo ich sie sehen könnte. Komm mal her! Ahoahoy! Ahoahoy! Die halten noch ein bisschen aus? Drei Schuss halten sie aus. Damit hätten wir eins versenkt. Hihi! Boah, Schwerter, die will ich haben. Ahoahoy! Ahoahoy, Pirat! Ahoahoy! Go, 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 combo break! So. Werden wir die zwei? Da ist noch ne Pfote für uns. Pfoten mögen wir doch nochmal mal. 17! Wir sind im Health-Upgrade schon wieder zum Greifen. Na. Ahoahoy! Good boy, hoi! My boy, ahoi! Ahoahoy! Ahoahoy, my boy! Na komm. Ahoahoy! My boy, ahoi! Ahoahoy! Du bist hartnäckig, mein Freund. So. Ahoahoy, my boy! Mäh! Und dann noch... Ech! Türsystem, ey! Tünen! Ahoahoy! 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 Ich glaube, das sagt er auch so ganz gern mal. Der schnell. Der ist nervig. Er ist ein Pirat. Ahoahoy! Ahoahoy! Wieso sagt er das eigentlich? Er muss ja einen Grund dafür haben. So. Ach ne, wie lustig. Das war schon fast ohne Leichen. Jetzt muss ich die erst mal finden. Und nebenbei mal wahrscheinlich wieder eine andere Mission, weil ich dumm bin. Also. Ich glaube, ich musste hier irgendwie hoch. Denn es war über ein Seil. So viel weiß ich. Das wurde ja auch gezeigt. Ja, fahr jetzt mal eine halbe Stunde, Gags. Kostet es unseren Zuschauern echt eine Menge Zeit. So. Ho, 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 in der Boll voll rum. In der Boll voll rum. Oh, ist die Kacke zu treffen, wenn da hinter dir dieser Pfosten ist. Dieser Pfosten, der nimmt dann die ganze Sicht. Weil man kann die Kamera nicht drehen, wenn was hinter einem ist aus irgendeinem Grund. Da. Dann dreht die sich immer so kacke. Das finde ich immer lustig. Die Kamera dreht sich irgendwie so krank, als wäre wirklich da irgendwas im Weg. Und man müsste das vorbeischieben, um durchzukommen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Wie kann ich überhaupt sehen? So schon mal. Ah, da ist nichts. Wehe. Ich hätte das gar nicht... Das ist ja logisch von mir. Hallo. Ich darf es mal wieder gucken, Mensch. Alle Zerstörung. Ja, ich glaube, ich muss da jetzt runter an der Seite. Hier. Da. Hey, Captain Nuss! Hey, Captain Nuss! Ah. Geschafft. Sogar rechtzeitig in der Zeit. So, das gefällt einem doch. Ma boi, ahoy. So, das nächste Mal gehen wir zu Schnürwittchen oder der Wunderklonebohne. Was auch immer. Und machen da mal ein bisschen Chaos und Territorium und was auch immer. Ja, das wird auf jeden Fall noch was. Das wird auf jeden Fall noch was. Ich, ähm... Ja, ich mache jetzt einmal Pause und speichere in der Zeit ab. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020